So, was war denn drin? Letzter Begeh ich, so. Ein Golden Gysai. Yay, zumindest schon mal einer. So, nächster Dungeon. Was sehe ich denn da hinten aus? Obsidian? Aus Obsidian? Oder täuscht das? Nö, das ist Obsidian. Aha. Mal angraben, ob Lava rauskommt. Eine Obsidianwand in der Luft? Da hinten auch? Die Sun und ganz oben ist Lava. Die Lava fällt nicht raus. Okay. Kann man von oben machen, was dann passiert. Kann ich dir nicht sagen. Nö, kann ich dir nicht sagen. Ach, das ist ein Dorf. Das ist echt Lava, ja. Wo bist du denn? Moment, ich komm wieder zu dir. Ich seh dich. So, wir hätten da hinten noch einen Dungeon. Ja, so nordwestlich. Meinst du das popelige kleine Ding hier? Das geht nach unten. Okay. Oder ist das wieder so ein rundes Ding? Und? Ne, das ist ein normaler Dungeon. Ach, das ist wieder so ein Dungeon. Ach, die Schande. Keine Spitzhacke. Ganz viel Blazes. Und Creeper. Bist du schon ein tiefer oder was? Ja, ich bin runtergefallen. Ich bin so scared. Ich bin so scared. Oh nein. Warum nicht. Weiß ich nicht. Das kann ich ihnen leider nicht beantworten. Haben die Monster zugebaut, oder wie? Ne. Ja, mein Schwer ist weg. Ja, der Zombie hat's geklaut. Hast du's wieder? Nee. Ich hab's. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du's vielleicht? Oh, scheiß Spinnenwebe hier. Ich packe's dir hier in die Kiste. Alles klar. Böse Spinne. Oh, da sind überhaupt nicht viele Spinnen. Nein, nein, nein. Ach, was ist ja nix. Aua. Oh, das sieht nicht gut aus hier. Ich geh mal ein Stück zurück. Nicht, dass du mich wieder in den Brand steckst. Ach, die Kiste wollte ich gar nicht auch machen. Was? Kann es sein, dass hier eine Mine durch den Dungeon geht? Ja. Stark. Ich guck mal ganz kurz, ob hier Kisten sind, ne? Ich hab doch irgendwo noch Fackeln gehabt. Och, Spinne. Oh, noch nicht. Du bist Spinne, ne? Hilfe, 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 Hilfe. So what? Wo ist er denn? Wo, wo ist er? Ich bin zwei, den hier unten. Oh, Alter, 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 Alter. Komm rein, genau. Ich bleib vor, du hältst mich. Boah, Alter, ich bin hier. Boah, das war jetzt knapp. Hätte ich jetzt keinen goldenen Apfel gegessen, wär ich gestorben. Ich hab ja da keine Rückzug anders. Hab ich nur. Ich war vergiftet und, äh, Zeug hier. Puh. War dein Boss bald? Geht das noch tiefer? Wenn normalerweise müsste es hier einen Boss geben. War erst mal diese Scheiß-Boss-Spinne hier. Bah. Ja, aber hier ist doch schon Ende, weil da runter geht es doch nicht mehr, oder? Ich sehe das nicht falsch. Stimmt. Nur Scheiße gibt es da drin. So, dann wieder rauf. Ich würde mal gerne nur kurz einmal nach rechts und links in die Mine gehen, ob da vielleicht irgendwo eine Kiste ist. Vielleicht gibt es ja hier auch Güssal oder sowas. Äh, ja. Ich sehe hier nicht so wirklich viele. So, noch einmal den Stab austauschen. Für mich ist eine ganz normale Mine aus. Hier gibt es Diamanten hier unten. Aber das Ding erkunden möchte ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Geh wir zurück. Es war so klar, dass mir eine Spinne wieder am Kopf fällt. Und wo kamen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ach, von hier. Okay. So. Hier kann ich nach oben gehen. Dieses Gift, das macht mich fertig. Das ist eine Spinne, die sind in dir her. Sie verfolgt mich. Ich habe es mal eben gekillt. Sie möchte mich anknabbern. Hm. Weil du so lecker aussiehst. Blaise-Braten. Blaise-Braten. So, wo gibt es jetzt noch was? Ich muss mal eben schon getreten, Moment. Da hinten sehe ich noch einen. Hörn doch den auf. Warte, ich muss ihn mal essen. Erst was trinken, wenn man was essen, ist das schlimm, ne? Jo. Aber irgendwie sieht der kaputt aus. Ich glaube, das war mal ganz schnell. Da ist ein Spawner drin noch. Ja, wir gucken einfach mal, ne? Das lebt. Ich sehe dich schon wieder nicht mehr. Bist du unsichtbar? Hier ist ein Baum drin. Hier ist ein Blaze. Ich sehe hier gar nichts. Wahrscheinlich habe ich gleich einen Disconnect oder so. Boah, ich mache es anders. Komm mal raus. Ich fliege jetzt. Wir fliegen einfach nach ganz oben. Ich gucke hier einfach die Kisten durch. Oben steht kein Bus. Hier war es drin. Hier war es drin. Das ist überall nur ein Mist drin. Ah, in der warst du schon. Okay, also solche Tower kann man echt in die Tonne klappen. Ja. Also, kurze Randnotiz für uns. Wo bist denn du? Ich komme hoch. Hoch? Also oben bin ich jetzt, ja. Von hier aus kann man vielleicht weiter gucken. Weiß ich nicht. Mal kurz die Map aufmachen. Ich würde hier was sehen, so südwestlich. Ende des Schneegebiets. Okay. Ist das orangeneh da oder das? Ja. Irgendwas ist da. Ist das ein Hächsenhaus? Was ist Hächsenhaus? Ich sehe hier. Das schwarze Häuschen. Wo ist denn hier ein Schatz? Ich sehe kein Häuschen. Das hier. Das ist irgendwas. Was ist das, ja. Ein Hächsenhaus. Verbrennt die Hexe. Kann man da rein? Ich gucke gerade. Also zumindest sind hier Spawner. Ja. Also ich stehe da vor. Wo bist du? Ich bin hier am Eingang. Ja, am Eingang. Das sinkt zwei. Gibt der Schnee bei dir weg? Nee. Wie bist du denn? Direkt vor der Tür. Ich glaube, der Server kommt gerade nicht mit, weil die Map aufschümmeldeil ist. Dann geht es unten und nach oben, ja? Ja. Na, jetzt bin ich rausgeflogen. Ich höre gerade nur noch Piu, Piu. Ich konnexen mal wieder. Ah, jetzt generiert die Map auch. Ich sehe deinen Namen. Oder habe ich den gerade gesehen? Bin da wieder. Ah, da. Da steht er. Ja. Hoch, runter? Äh, nach unten ist immer gut. Nach unten? Ich mache uns mal Licht. Ja gut. Ich habe ja mich keines. Was ist das denn für ein Leggy hier, ey? Hast du das gehört? Ja, ja. Ich habe es gehört. Gremlins. Es steht schon wieder hier bei mir. Ja. Ach ja, Gremlins könnte ich mir eigentlich auch mal wieder angucken. Moment. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich baue mal kurz die Tür ab, denn sonst kommen wir hier nicht mehr raus. Ja, gewöhnen wir schon kommen. Ja, das Schalter vorhin. Oh so. Oh. Der Griebe wollte Puff machen. Kann man hier durchgucken? Da ist ein Spionage-Loch. Und so kann man den Weg auch ein bisschen verbreiten. Rauf, auf die Schalter. Auf die Druckplatten. Artschen. Oh, da ist wieder einer mit dir. Oh, ich sterbe fast. Ich auch. Warte, 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 warte. Ich bin tot, ich bin tot. Hilfe, 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 Hilfe. Warte, ich brauche mein Dings hier. Okay. Ich wollte eigentlich hier meinen Healing-Stuff auspacken, aber... Ja. Ich muss mir mal kurz eine Rüstung mitnehmen. Ich sehe nicht mehr, weil dein ganzes Zeug um mich herumfliegt. So. Und einen neuen Electric-Stuff brauche ich. Damit ich da überhaupt hinkomme. Boah, ist egal. Ich habe so viel Zeug dabei. Jetzt habe ich alles aufgesammelt. Ich habe nicht viel Zeug aufgesammelt. Aber hier fliegt alles um mich herum. Da müssen wir dann eine Kiste finden. So, das hier noch. Aber ich habe alles, glaube ich, so. Aber ich habe dein Schwert nicht. Nicht? Nein. Aber da liegt auch noch Zeug rum hier. So ist es nicht. Aber ich glaube, ich spinne. Wie viel groß Rucksack hast du dabei? Zwei große, zwei kleine. Ich habe dein Schwert hier. Soll ich auf dich warten? Ja, kannst du. Ich nehme jetzt mal das Schwert hier mit. Du kannst die Richtung, ja. Ja, ich muss mir nur einen neuen Stuff machen, weil sonst komme ich glaube ich nicht so weit. Ja, du hast zu Recht. Oh, meine Schöne, ich habe 50 Level, ne? Ich habe ein Bett hier unten. Das ist ärgerlich. So, auf zu Rosamon. Ich gucke mal, dass ich mich beeilen kann. Je nachdem, wie mich der Server lässt. Jo, jo. Server bitte durchhalten. Ein kurzer Moment noch. Denn zu Risiken und Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Fliegt nicht. Fliegt nicht. Fliegt, Fliegt. Fliegt. Ich bin jetzt durch den anderen, ich bin jetzt unten einmal durch und bin dann in den anderen Heugs noch nicht wieder rausgekommen oder so. Hä? Wo ist denn das andere? Äh. Verstehe ich nicht. Nee, nee, nee. Der will mich doch jetzt arschen. So, jetzt. Ich war mal kurz auf dich. Ich habe schon wieder keinen Sound mehr. Das war heißt nichts Gutes. Das stimmt allerdings. Einmal über das Meer. Teleportiert dich doch her. Das wäre schön, ja. Kannst du ja. Ja, wie denn? Mit TP. Ja, ich habe es aber fast. Könnte man. Wir mogeln ja hier nicht in unseren Hexit. Nö, nicht schummeln. So, wir sind dann hier weiter. Da war dann der Dungeon. Da war der kaputte Dungeon, normalerweise. Dann bist du schon fast da. Ja, das war der kaputte, genau. Ah, hier. Da habe ich einen halben Staff durchgebraten. Ja. Wie ist er denn? Au. Bist tot oder was? Bist. 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 Vielen Dank.